Sie bereisen das erste Mal Berlin? Bei mehr als 500 Hotels wird Ihnen die Auswahl der Hotels sicherlich sehr schwer fallen. Das NH Berlin Mitte befindet sich genau im Zentrum der Stadt, an der Friedrichstraße, nahe zum Potsdamer Platz und zum Brandenburger Tor. Nicht nur der Standort sollte für Sie ein Auswahlkriterium sein, auch die Serviceleistung des Hotels. Das NH Berlin Mitte verfügt über 392 gut ausgestattete Zimmer, 13 Konferenzräume und natürlich ein Restaurant. In unserem Restaurant haben Sie die Möglichkeit, kulinarische Spezialitäten aus dem In- und Ausland zu probieren. Am Abend in der Bar bei einem Trink den Abend ausklingen zu lassen, lässt das Gefühl des städtischen Fairs bei Ihnen aufkommen. Sie sehen also, alle Annehmlichkeiten sind hier vorhanden. Checken Sie bei uns ein und Ihr Alltag checkt aus.